Hey Leute, hier ist wieder der Basti von HeyBastiZockt und ich sage herzlich willkommen zu ein paar brandheißen Infos, die ihr auf jeden Fall nicht verpassen wollt. Schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Die heißeste Info kommt natürlich wie immer zum Schluss. Info Nummer 1 und zwar, ich habe einen neuen Kanal. Das Ganze habe ich in meinem letzten Livestream auf diesem Kanal hier schon einmal erklärt. Das müssen so die ersten 10 Minuten sein. Wenn ihr wissen sollt, wieso ich einen neuen Kanal habe, schaut da auf jeden Fall rein. Da habe ich alles ganz genau erklärt. Wenn ihr Videos von mir sehen wollt, wenn ihr Reviews von mir sehen, dann schaut auf jeden Fall auf dem neuen Kanal vorbei und abonniert den auch. Dann könnt ihr auf jeden Fall auch die Glocke aktivieren, damit ihr kein Content mehr verpassen müsst. So, dann kommen wir auch zur Info Nummer 2 und zwar, was für ein Content wird auf dem neuen Kanal kommen? Ich habe es eben schon einmal so ein bisschen erwähnt. Also es werden zum Beispiel Reviews kommen, Let's Plays kommen und natürlich auch Livestreams. Unter anderem natürlich zu Minecraft, unter anderem natürlich zu Fortnite, zu Human Fall Flat, zu Super Mario Odyssey, zu Zelda Breath of the Wild, zu so vielen Spielen. Also wenn ihr Interesse daran habt, dann auf jeden Fall auf diesem Kanal vorbeischauen. So, und jetzt kommen wir zur heißesten Info des Tages, nämlich zur letzten Info. Und die wird wirklich extrem episch für euch alle. Und zwar wird es heute Abend einen Livestream auf dem neuen Kanal geben und zwar über Fortnite. Und das wird wirklich extrem spannend, denn das ist kein normaler Livestream. Wir werden eine kleine Challenge machen, denn jeder Abonnent, der meinen neuen Kanal abonniert, der wird für sich persönlich einen Kill bekommen in Fortnite. Das heißt, wenn heute Abend alle 150 Leute von diesem Kanal auf den neuen Kanal übergehen würden, dann werde ich heute Abend mindestens 150 Kills in Fortnite machen. Und das wird, glaube ich, super, super spannend. Ich hoffe natürlich, dass viele, viele Leute auf den neuen Kanal übergehen und den abonnieren. Es ist wirklich extrem spannend. Gestern hatten wir auch eine extrem epische Runde schon in Fortnite, einen Livestream gemacht. Und wenn euch bis zu dem Stream nachher langweilig ist, dann schaut auf jeden Fall da vorbei, denn da haben wir den neuen Schusstest von Fortnite ausprobiert. Und der war, ja, ich will nicht zu viel verraten, auf jeden Fall ganz nett. Und ich würde sagen, ja, wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall auch hier liken. Der Kanal wird ja weiterhin bestehen bleiben. Also ihr müsst ihn nicht löschen oder so, sondern ihr wird einfach Content rauskommen, der Ü18 ist oder Ü16, sage ich mal. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ihr alle dann den neuen Kanal abonnieren werdet. Der Link ist auf jeden Fall unten in der Videoschreibung, der erste Link direkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nachher im Livestream wieder. Ich freue mich richtig. Ich bin wirklich schon ein bisschen aufgeregt. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ich muss noch ein paar Thumbnails bearbeiten und so weiter und so fort. Wir sehen uns dann später. Ich freue mich einfach extrem drauf. Bis nachher. Ciao.